Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webcast, Einführung in die Parametrik in AutoCAD. Mein Name ist Anna Dänig, ich bin im Hintergrund begleitend dabei und werde am Ende des Webcasts die Fragen vorlesen. Diese können Sie bei Ihnen im Chatfenster stellen. Außerdem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass dieser Webcast aufgezeichnet wird und Sie erhalten diese im Anschluss. So, wunderbar, ich übergebe meinen Kollegen. Jörg, bitteschön. Danke, Anna, für die nette Begrüßung und für die Einleitung. Mein Name ist Jörg Weber, ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserem heutigen Webcast, Einführung in die Parametrik. Die Kamera mache ich mal aus und lege dann einfach mal direkt los. Ich bin seit über 20 Jahren im CAD-Umfeld tätig, habe auch angefangen mit dem AutoCAD. Das war mein Einstieg in die CAD-Welt. Habe dann irgendwann natürlich auch das 3D kennengelernt mit dem Inventor und im Datenmanagement mit Volt. Ich habe auch kleine Ausflüge ins Plan 3D, also das AutoCAD-basierende Werkzeug, um Anlagenbau vielleicht durchzuführen und was mir sehr viel Spaß macht im Bereich der Digitalisierung, Punktwolkenbearbeitung mit Recap. Um einmal die Innovi vorzustellen, möchte ich einen kurzen Abriss geben, was die Innovi ist. Wir sind vier Unternehmen in einem Verbund, die sich zusammengetan haben, um Ihnen als Kunden, als Interessenten eine größtmögliche Abdeckung der Branchen zu bieten. So sind wir zum Beispiel in der Architektur unterwegs, im Mechanik- und Maschinenbau, aber auch in der Infrastruktur. Wir sind vier Goldpartner an insgesamt acht Standorten mit über 180 Mitarbeitern, die sich um ihre Belange und Bedürfnisse gerne kümmern. Im Einzelnen sind das die Arnold IT hier in Freiburg, dann das Hafners Büro in Stuttgart, dann haben wir noch Integra in Karlsruhe und die AKG in Haltersheim. Unser heutiges Thema ist AutoCAD-Einführung in die Parametrik. Anhand der Anmeldungen denke ich, ist es ein Thema, was interessiert ist, was vielleicht auch wenig benutzt wird. Und deshalb haben wir dieses einfach mal aufgegriffen, dieses Thema. Anforderungsfall, haben Sie sich vielleicht schon mal gefragt oder haben folgende Anforderungen gehabt. Es sollen vielleicht zwei Linien parallel und Lothrecht zueinander ausgerichtet sein. Und das eigentlich immer, dass Sie hingehen und sagen, Sie möchten immer diese Beziehung parallel oder Lothrecht oder auch eine andere zueinander haben, ohne groß mit AutoCAD-Werkzeugen hantieren zu müssen. Oder was ganz anderes. Zwei Linien sollen immer die gleiche Länge haben oder Kreise den gleichen Durchmesser und das auch immer. Man kann es natürlich einmal einrichten, das kriegt man hin. Man möchte es aber vielleicht dann auch so haben, dass wenn sich ein Durchmesser ändert, der andere automatisch sich mit in der Größe ändert. Oder dass Endpunkte von Linien immer miteinander verschmolzen sind. Also dass wenn jetzt wirklich die Punkte aneinander stecken und Sie haben keine Polylinien, dass hier wirklich eine Beziehung zueinander steht. Oder dann eben auch, Sie möchten gerne die Bemaßung von Geometrien bearbeiten und es soll sich verändern. Größer werden, kleiner werden und Sie möchten nicht jedes Mal über die Eigenschaften gehen. Wenn Sie eine oder alle diese Fragen mit Ja beantworten können, dann wäre die AutoCAD-Parametrik für Sie ein Lösungsansatz, über die wir jetzt heute einfach dann auch sprechen. Ich werde wie immer ein bisschen PowerPoint machen, aber dann den Hauptteil des Webinars ins Programm selber reingehen, damit Sie einfach sehen, wie das Ganze funktionieren könnte für Sie. Auf der Folie sehen Sie jetzt ein Anwendungsbeispiel. Es gibt zwei Unterschiede in der Parametrik. Es gibt einmal die geometrischen Abhängigkeiten. Es gibt die Bemaßungsabhängigkeiten. Geometrische Abhängigkeiten sind immer zu bevorzugen. Das ist auch die, die ich zuerst immer setze, die man auch dann später in vielleicht anderen Programmen als erstes setzt. Und dann die Bemaßungen. Alles, was Sie nicht mit geometrischen Abhängigkeiten erschlagen können, können Sie dann hinterher mit den Bemaßungen noch in Form bringen. Den Zugriff haben Sie im AutoCAD über die Werkzeugleiste, über die Werkzeugpalette parametrisch. Dort finden Sie dann eben die Möglichkeiten, die geometrischen und die Bemaßungsabhängigkeiten zu setzen. AutoCAD LT hat es seit der Version 2024 ein bisschen bekommen. Sie können keine Parametriken erstellen. Sie können aber Zeichnungen, die Parametriken besitzen, so weit verwenden, dass Sie zum Beispiel auf den Parametermanager zugreifen und dort Werte ändern oder die Anzeige der Geometrien, der Parametriken ein- und ausblenden. Also da ist es so, Sie können keine erstellen. Sie können sie aber eben, was die Anzeige betrifft, verwalten. Was ist das jetzt? Die geometrischen Abhängigkeiten und die Bemaßungsabhängigkeiten. Geometrische Abhängigkeiten, ich sage immer, sind Zwangsbestimmungen. Sie zwingen zwei Objekte, etwas zu tun, zueinander oder voneinander weg. So zusammen, zum Beispiel das Zusammenfallen, Sie haben zwei Linien, die Endpunkte sollen miteinander verknüpft sein, dann wäre das eben diese Abhängigkeit Zusammenfallen. Oder Sie sollen immer parallel zueinander stehen oder ganz wichtig, eine Linie, die immer horizontal oder immer vertikal sein soll, dann zwingen Sie eben über eine geometrische Abhängigkeit das Objekt, also diese Linie, immer so zu sein. Dann können Sie auch nicht mehr hingehen und das Ding vielleicht um drei oder fünf Grad verdrehen, sondern die Abhängigkeit ist halt so. Autodesk sagt, geometrische Abhängigkeiten sind Regeln, die die geometrischen Beziehungen von Objekten oder Punkten von Objekten definieren. Sie steuern, wie ein Objekt seine Form oder Größe ändern kann. Sie können das Ganze manuell vergeben oder auch automatisch, wobei ich bei der Automatik gehe ich eigentlich immer hin, wenn ich ein Zeichen erstelle und ich möchte ganz erst mal anfangen. Ich gehe nur hin und sage, ich möchte die Endpunkte miteinander verbunden haben, also das zusammenfallend. Und ich möchte gerne, dass die Linien horizontal und vertikal schon ihre Ausrichtung bekommen. Es gibt da auch noch so einen Toleranzwert, dass wenn Sie eine Linie gezeichnet haben, die vielleicht unter einem bestimmten Winkel steht, das Programm das erkennt und dann sagt, okay, du bist jetzt in meinem Toleranzwinkel, ich lege dich auch horizontal oder vertikal ab. Das Bild zeigt ein Beispiel. Sie sehen jetzt hier an den Objekten die entsprechenden Symbole für die Abhängigkeiten. Ich habe sie mal vorgehoben und in diesem Beispiel ist jetzt einfach wirklich die Abhängigkeit zusammenfallend, horizontal, vertikal und gleich verwendet worden. Sie haben also auch immer eine Kontrolle darüber, welche Abhängigkeiten welches Objekt jetzt besitzt. Es wird auch ausgeleuchtet, werden wir nachher auch sehen, wenn wir in die Zeichnung reingehen. Bei der Anzeigensteuerung können Sie sich entscheiden, ob Sie alle angezeichnet, alle ausblenden oder ob Sie auch gezielt welche ein- und ausblenden möchten. Das ist sehr, sehr günstig, wenn Sie zum Beispiel hingegangen sind, Sie haben erstmal die geometrischen Abhängigkeiten gesetzt und wollen dann bemaßen. Dann können diese kleinen Symbole schon mal ein bisschen nerven und können Sie einfach sagen, ich blende jetzt alle aus. Oder wenn Sie mit der Zeichnung generell arbeiten wollen, dass Sie dann sagen, ich blende jetzt wirklich komplett alle aus. Bemaßungsabhängigkeiten verhalten sich wie im AutoCAD selber auch wie eine Bemaßung, nur dass Sie eben hier die Parametrik mitbekommen. Sie sehen, es gibt dann eben eine lineare, eine horizontale, eine vertikale Bemaßung. Es gibt die ausgerichtigte Radiuswinkel- und Durchmesserbemaßung. Auch hier hat Autodesk eine Definition. Parametrische Bemaßungen sind Beziehungen, welche die Größe, der Winkel oder die Position der Geometrien in Bezug auf die Zeichnung oder anderen Objekten verändern. Bezug auf die Zeichnung wäre zum Beispiel ein Notpunkt. Wenn Bemaßungen geändert werden, wird das Objekt in der Größe verändert. Was bei Bemaßungen auch sehr günstig ist, Sie können Beziehungen zueinander stellen. Sie sehen zum Beispiel hier bei dem Maß der Höhe. Da wurde einfach gesagt, die Höhe ist immer der gleiche Wert wie die Länge. Also Sie können hier sich auf andere Bemaßungen beziehen oder auch kleinere Berechnungen reinbringen. So könnten Sie zum Beispiel auch sagen, dass der Durchmesser immer die Hälfte von irgendwas anderem ist. Auch hier mal hervorgehoben. Was habe ich hier verwendet? Ich habe eine lineare, horizontale und eine vertikale Bemaßung verwendet und den Durchmesser Bemaßung und den Winkel. Ich hatte es schon gesagt, Sie können Bemaßungen verketten, wie eben Höhe gleich Länge oder auch Bemaßungen berechnen lassen. Was Sie dann auch bekommen, ist ein Manager, ein Parametermanager, in dem alle diese Bemaßungen aufgelistet werden, indem Sie aber auch zusätzliche Parameter verwenden können, die Sie für irgendwelche Berechnungen brauchen. Also ich habe jetzt hier einfach nur einen Abstandsfaktor eingebracht, damit ich meine Ansichten in einem schönen Abstand zueinander lege und den steuere ich einfach dann über diesen Faktor, den ich hier verwenden kann. Hier gibt es die Anzeigensteuerung, wie wir es vorhin gesehen haben, bei den geometrischen Abhängigkeiten. Also alle ausblenden, keine Anzeigen oder auch gezielt. Und wie es komplett aussehen könnte, zeigt Ihnen dieses Beispiel, dass Sie sind jetzt, ist jetzt eine einfache Platte mit einer Bohrung in der Mitte oder nicht in der Mitte, sondern ausgelistet rechts und links unten. Jetzt habe ich es. Und dann die Seitenansicht dazu. Und da unten sehen Sie jetzt meinen Abstandswert, der sich einfach dann eben auch mit diesem Faktor berechnet. So, das gucken wir uns das Ganze mal live an. Das macht immer viel mehr Sinn, wenn man es live sich anschaut, als wenn man jetzt immer nur erzählt. Das ist die fertige Zeichnung. So sieht sie aus. Sie sehen praktisch hier die ganzen Bemaßungen. Wenn wir jetzt hier oben mal hinzoomen, dann sehen Sie hier oben, dieses Element hat jetzt mehrere Abhängigkeiten. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf fahre, dann sehen Sie auch, welche Abhängigkeiten da drin sind. Hier zum Beispiel das Horizontal. Es wird auch ausgeleuchtet, wo jetzt diese Abhängigkeit hingeht. Das Gleich. Dann sehen Sie auch eben diese beiden Objekte. Also diese Linie und diese Linie, die stehen gleich zueinander. Und dann haben wir noch einen horizontalen Punkt. Den habe ich benötigt, um die Seitenansicht hier zu definieren. Sie sehen hier unten meine Länge. Sie sehen hier meine Höhe. Das heißt, die Länge und die Höhe stehen jetzt in einem Bezug zueinander. Und wenn Sie dann drauf gehen würden und sagen, Sie machen jetzt einen Doppelklick und ändern den Wert einfach mal hier auf 200, dann geht vieles mit. Und das macht die Parametrik einfach aus. Wenn Sie das Ganze ohne Parametrik machen würden, dann hätten Sie jetzt gucken müssen, okay, ich mache jetzt hier 200. Ah, meine Höhe soll genauso sein. Ich muss hier strecken. Ich muss darauf achten, dass jetzt hier mein Streckfenster richtig ist. Sie müssen darauf achten, dass diese Höhe mitgeht. Alles viel, viel zu aufwendig. Die Parametrik hilft Ihnen da einfach ohne Ende. Jederzeit ist es natürlich möglich, auch zu sagen, meine Höhe und Länge sollen nicht mehr in Bezug zueinander stehen. Ich möchte jetzt hier unterschiedliche Werte. Dann gehen Sie einfach rein und lösen das Ganze auf und sagen einfach, Sie möchten jetzt hier einen festen Wert. Ich hatte ja auch schon diesen Parametermanager angedeutet. Den haben wir hier oben. Und dieser Parametermanager, da finden Sie dann auch diese ganzen Beziehungen wieder. Was sehr viel Sinn macht, ist, die Parameter dann auch zu benennen, damit Sie hinterher nicht nur die 1, die 2, die 3 und wissen vielleicht nicht mehr, wo was ist. Ich mache das grundsätzlich mit den wichtigen Parametern, die ich gerne beeinflussen möchte. Dann ist es viel einfacher, hier hinzugehen und zu sagen, ich habe jetzt hier meinen Wert und ich möchte den auf 150 zurücksetzen. Und das Ganze geht dann wieder runter. So, jetzt möchte ich allerdings auch einmal anhand einer neuen Zeichnung einfach mal komplett von vorne aufbauen und Ihnen zeigen, wie das Ganze dann funktioniert. So, dafür habe ich jetzt hier eine neue Zeichnung. Meine Parametrik habe ich ja hier oben. Es fängt erst mal noch ohne Parametrik an. Sie könnten auch während des Zeichnens sofort mit Parametriken loslegen. Das heißt, es gibt eine Autoparametrik. Ich habe sie allerdings ganz oft aus, weil ich gerne selber entscheiden möchte, was passiert. Wenn Sie dann anfangen, das Gute bei parametrischen Bearbeiten ist, Sie müssen auch nicht unbedingt sofort mit Werte arbeiten. Sie können jetzt einfach ganz locker flockig hier hingehen. Irgendwelche Werte, Sie müssen nicht darauf achten, wie groß die Werte sind, ob Sie jetzt hier die 150 eingehalten haben oder nicht. Können Sie alles eigentlich erst mal völlig frei loslegen. Zack, zack, bumms, fertig. So, und dann fangen Sie an, eben in der von mir vorgeschlagenen Reihenfolge erst die geometrischen Abhängigkeiten zu setzen, also horizontal, vertikal oder ähnliches und dann die Bemaßungen. Dann gehen Sie in die Parametrik rein. Da möchte ich allerdings zuerst einmal schauen, was macht das Programm jetzt für mich automatisch. Und wenn Sie auf die Autoabhängigkeiten gehen, dann sehen Sie, ich habe hier wirklich das Zusammenfallend aktiviert, das Horizontal und das Vertikal. Mehr möchte ich erst mal automatisch noch gar nicht haben. Das passt für mich soweit. Und dann können Sie auf den Befehl gehen, ziehen einfach ein Fenster drüber, bestätigen das und dann werden Ihnen diese Abhängigkeiten auch angezeigt. Das Zusammenfallend ist immer das kleine blaue Pünktchen und dann sehen Sie, das Horizontal hat gepasst, das Vertikal ist erkannt worden hier ebenfalls und hier auch. Ich hatte vorhin gesagt, es gibt ja so einen Toleranzwert. Der Winkel ist natürlich viel, viel zu groß. Der kann natürlich jetzt nicht hier einfach gerade gesetzt werden. Aber in dem Beispiel haben wir auch gesehen, diese Linie soll immer den gleichen Wert haben, die gleiche Länge wie diesen. Dann können Sie einfach auf die entsprechende Abhängigkeit gehen, die beiden Objekte anwählen und dann zieht sich das schon in Form. Und dann passt das schon mal wunderbar. Mehr Abhängigkeiten, geometrische Abhängigkeiten sehe ich jetzt gerade hier nicht in meinem Beispiel. Also fange ich an mit den Bemaßungen. Da habe ich es mir auf jeden Fall immer als Regel gemacht. Ich setze zuerst die Hauptmaße. Hier im AutoCAD ist es noch sehr wichtig, sonst reicht es Ihnen ab und zu mal die Geometrie. Später, wenn Sie mal andere 3D-Produkte wie zum Beispiel den Inventor nehmen, da ist es nicht mehr ganz so wichtig. Da gibt es Arbeitstechniken. Und dann gehen Sie einfach auf ein Objekt oder sagen von Punkt zu Punkt. Es ist immer nützlich oder günstig, wenn Sie von Objekt gehen. Wir sehen, das Objekt wird ausgeleuchtet. Legen es einfach ab und der momentane Wert wird Ihnen auch angezeigt. Jetzt ist es Ihre eigene Entscheidung, ob Sie direkt den Parameternamen vergeben oder ob Sie erstmal sagen, ich lege erstmal alles ab und mach später im Parametermanager. Spielt keine Rolle. Das ist Ihre Arbeitstechnik. Sie werden da für sich eine vernünftige Arbeitstechnik herausfinden. Ich mache es sofort. Länge gleich 150. Passt. Sie sehen sofort, okay, das zieht sich zusammen. Macht nichts. Das kriegen wir gleich alles noch in Form gebracht. Nehmen wir unsere nächste Abhängigkeit. Ich möchte jetzt hier eine vertikale Abhängigkeit. Ich sage, ich möchte mein Objekt hier drauf. Legt das ab. Und dann machen wir uns das relativ einfach. Wir müssen jetzt hier nicht nochmal schreiben, Höhe gleich Länge, sondern Sie tippen einfach drauf. Und dann wird die Länge übernommen. Dann würde jetzt hier auch sofort so ein FX-Parameter entstehen, heißt es. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Der Parametername ist D1 und wir haben es gleich Länge benannt. Passt. Super. Was mir nicht gefällt, meine Höhe steht nicht. Und da bringe ich jetzt meinen Parametermanager wieder ins Spiel. Und da ist es dann für mich ein bisschen eleganter, das Ganze zu ändern, als per Doppelklick auf das Maß. Weil Sie können hier einfach wunderbar reingehen und Doppelklick hier reinbringen und dann einfach sagen, das ist die Höhe. So, jetzt habe ich dummerweise hier einen gemacht. Den machen wir mal weg. Sie sehen auch, das hat sich sofort geändert. Das, was Sie im Parametermanager durchführen, hat sich auch sofort hier auf Ihre Zeichnung eingebracht. Und so gehen Sie jetzt einfach nacheinander vor. Sie gehen einfach hin und sagen, Sie machen zum Beispiel von dem Endpunkt zum Zentrum ein Wert. Das sparen wir uns jetzt. Das sagen wir, der ist 40. Oder Sie gehen dann eben von der Horizontalen, von dem Endpunkt zu dem Zentrum darunter. Und da sagen wir, das sind 50. Und schwupp ist das Ding fix. Den Kreis können Sie jetzt auch nicht mehr bewegen. Der ist fest, der ist fix. Der lässt sich nicht mehr von der Position ändern. Es sei denn, Sie gehen über diese Parameter. Dann nehmen wir unseren Durchmesser dazu. Den haben wir hier. Legen den da hin. Und der Durchmesser sollte 40 sein. Dann kann man mal gucken. Je nachdem, wie groß Sie zoomen, springt ab und zu das Durchmesserbemaßung nach außen und nach innen. Und da lebt man einfach, ehrlich gesagt, irgendwann mit. Dann gehen Sie hin und sagen, Sie möchten noch den Winkel bemaßen. Und da nach da. Schwupp. Das waren 135. Und dann haben wir eine, sage ich mal, vollständig bestimmte Geometrie hier. Das schieben wir noch ein Stückchen weg. Hoch. Zack. So. Dann haben Sie hier schon schön mit der Parametrik, die, ich sage mal, vor der Ansicht in den Griff bekommen. Wenn wir jetzt die Seitenansicht dazu zeichnen, dann können Sie mit der Parametrik auch wunderbar die ganzen Beziehungen herstellen. Das heißt, Sie gehen auch einfach hin und zeichnen erst mal. Und ich achte jetzt überhaupt nicht darauf, dass Sie schon irgendwelche Geometrien abgreifen. Das ist mir völlig egal. Das zieht sich ja alles nachher schön in Form. Also ob das jetzt hier rauf und runter geht. Ah, okay. Ist nicht mitgegangen. Typischer Fall. Da spielt nämlich dann das Zusammenfallend, was ich ja ganz am Anfang sagte. Zwei Punkte sollen immer miteinander verkettet sein. So. Das passt. Sie müssen auch keine Polylinien zeichnen. Das spielt keine Rolle. Ich nehme hier generell immer Einzelinien. Und dann geht der Vorgang wieder so vor, wie wir es gerade hatten. Das heißt, Sie gehen erst mal hin und sagen mit den Autoabhängigkeiten. Zack. Zack drüber. Okay, das passt. Sieht gut aus. Was sich jetzt hier allerdings empfiehlt, ist, einen Punkt auf der Geometrie festzumachen. Damit nicht irgendwelche komischen Effekte entstehen, dass, wenn Sie jetzt eine Abhängigkeit geht, auf einmal das hochgeht. Sondern dieser eine Punkt ist für mich der Ausgangspunkt. Und den lege ich hier unten auf die Ecke. Sondern kann von da aus, wird einfach alles andere berechnet. Und dann fangen Sie wieder an, das Ganze in Form zu bringen. Sie gehen hin und nehmen wieder erst mal Ihre geometrischen Abhängigkeiten. Das heißt, Sie gehen jetzt gucken, was habe ich denn alles parallel? Habe ich jetzt nichts, will ich nicht haben? Was habe ich hier oben noch? Das Zusammenfallend waren ja die blauen Pünktchen. Okay, das brauche ich jetzt auch nicht. Ich will, dass Linien kolinear zu landestehen. Kolinear heißt, dass Sie hier an der Stelle auf einer Ebene sind. Das wäre mein erstes Objekt. Das ist mein zweites Objekt. Schwupp, hoch. Und die sind auch immer so. Die bleiben so. Dann gibt es nichts anderes. Die sind einfach dann immer auf der gleichen Höhe. Und das ist eine coole Geschichte. Dann nehmen Sie wieder das Kolinear und sagen, okay, ihr beide kommt auch auf die gleiche Höhe. Zwischendurch können Sie aber gucken, ob es wirklich funktioniert. Entweder per Doppelklick wieder auf den Parameter. Oder die andere bevorzugte Weise, dass Sie hier sagen, ich gucke mal. Wenn ich das Ganze jetzt, den schieben wir mal hier hin. Wenn wir das Ganze jetzt auf 180 stellen, was sollte passieren? Es sollte diese Höhe hochgehen. Und hier, der sollte auch mit hochgehen. Und das macht er. Wunderbar. Dann stellen wir das wieder zurück. Auf 150 auch. Jetzt kommt noch ein Parameter für mich ins Spiel. Ich möchte immer einen bestimmten Abstand zwischen diesen beiden Ansichten haben. Weil Sie haben es vielleicht jetzt kurz gesehen. Dadurch, dass die 180 natürlich darüber gegangen sind, kann es passieren, dass die Seitenansicht auf einmal Elemente von der Vorderansicht zeigen. Und dafür bringe ich jetzt einen Parameter noch ins Spiel mit diesem Faktor. Den kann ich aber auch vorher anlegen. Das heißt, Sie haben hier immer die Möglichkeit, auch ein Benutzerparameter anzulegen. Den nenne ich einfach Abstandsfaktor. Abstandsfaktor, den legen wir mal auf 3. Und dieser Abstandsfaktor, den können wir jetzt benutzen für eine lineare Bemaßung zwischen dem Punkt und dem Punkt. Den legen wir da unten hin. Und dieser Abstandsfaktor soll immer die Länge geteilt durch diesen Faktor sein. Das heißt, Sie gehen jetzt einfach da drauf. Jetzt habe ich natürlich mir nicht gemerkt, wie mein Parameter heißt. Macht ja auch nichts. Sie können ja wieder in diesen Parametermanager reingehen. Und diesen Abstandsfaktor einfach hier einmal kommen, nehmen. Einmal kopieren. Und meinen Wert D3, den haben wir hier. Den legen wir jetzt da hin. Durch. Und dann haben Sie eine Berechnung. Und dann kommt hinten raus, wie groß das ist. Und dann sind wir immer auf 50. Und das passt. Das ist eine coole Sache. Wenn Sie die Ansicht der Maße editieren wollen, also wie jetzt praktisch das aussieht, ob Sie nur den Wert haben möchten oder ob Sie den Wert und den Namen haben möchten. Oh, da muss ich natürlich wieder korrigieren. Das heißt Abstandsfaktor. Da schreiben wir nur Faktor hin, dann geht es schneller. So. Wupp. Geändert. Sie haben immer die Möglichkeit, auch das Ganze noch ein bisschen einzugrenzen oder darzustellen. Sie können zum Beispiel bei den Parametern nur sagen, Sie möchten nur den Wert sehen. Dann steht nur Länge, Breite, Höhe oder und so weiter Trend vor. Das macht für mich keinen Sinn. Was vielleicht mal Sinn macht, ist nur den Wert einzustellen. Weil dann könnten Sie auch hingehend die Maße, die für Sie wichtig sind, auch sofort mit einem Bemaßungsstil definieren. Oder sowieso ein Zweitbemaßungsstil nehmen, damit Sie nicht doppelt bemaßen müssen. Meine bevorzugte Einstellung ist allerdings wirklich zu sagen, ich möchte gerne den Ausdruck sehen, also den Namen und den Wert. Weil die Bemaßungen, die ich später für die Zeichnung brauche, die würde ich sowieso im Layout anbringen und nicht hier auf das Modell. Aber das ist wieder, wie gesagt, Schmackssache. Bringen wir diese Kante noch rein. Da würde ich einfach auch mal gucken, dass ich den richtigen Layer nehme. Das ist eine verdeckte Kante. Sie gehen jetzt hier hin. Auch hier, es ist mir erst mal völlig egal wo. Ich muss nicht schon gerade sein, richtig sein, sondern ich lege das Ding einfach erst mal ab. Und dann könnten Sie hingehen und sagen, Sie gehen auf Zusammenfallen zwischen dem Endpunkt und dem Objekt. Schwupp, verknüpft. Es geht auch noch anders, aber der Weg ist eigentlich ganz nett. Zack, Objekt, verknüpft. Sie kriegen auch sehr, sehr schnell raus, wie das Ganze funktioniert. Und dann passt es nämlich auch schon. So, die Breite, die stellen wir mal fix auf 20. Das heißt, Sie gehen wieder hier drauf und sagen, Moment, ich muss einmal auf Objekt umschalten. Sie gehen dann drauf und sagen, Ihre Breite, da können Sie auch sofort wieder hingehen. Breite gleich 20 und dann steht das drin. Und wenn Ihnen das nicht passt, wie gehabt, Sie können immer wieder entweder auf den Parameter drauf gehen oder auch in den Eigenschaften reingehen und sagen, Sie möchten hier zum Beispiel 50 haben oder Ähnliches. Sie haben auch so kleine Pfeilchen dran. Da können Sie auch dran ziehen. Nur wenn Sie ziehen, dann ist es so wie die dynamische Eingabe. Aber Sie haben jetzt praktisch, Sie ziehen das einfach auf und haben keinen fixen Wert. Die müssten Sie dann hinterher noch mal editieren. Aber man kann schon mal sagen, oh, ich ziehe mir das mal ungefähr in die Größe. Okay, es sind, nee, das ist nicht groß. Das ziehe ich mir jetzt wieder zurück. Oh, okay, das passt. Da haben wir die 50. So, jetzt sehen wir hier schon etwas. Oh, da ist irgendwas nicht ganz hingelaufen. Ich habe zwar gesagt, der Linie, dass sie jetzt zusammenfallend ist, aber die sollen natürlich auch bitte horizontal sein. Deshalb schiebe ich die ganz kurz ein Stück zurück und nehme mal eine geometrische Abhängigkeit horizontal, zeige, es dem Objekt passt. Und die letzte, die wir noch einbringen wollen, ist, dass eben die verdeckte Kante natürlich immer in dem Knick hier drin steckt. Und was haben wir hier dafür zur Verfügung? Auch das Horizontal. Und Sie gehen dann einfach hin und sagen, Sie definieren zwei Punkte. Und zwar den Punkt und von mir aus den Punkt. Und schwupp, ist es da unten drin. Und dann kann die sich auch nicht mehr verändern. Und jetzt könnten Sie mehr oder weniger Ihre Maße oder Ihre Parameter wieder verändern. Und alles ist wie gehabt. Okay. Das sollte es für den ersten Eindruck, was die Parametrik betrifft, einmal reichen. Einmal ganz kurz noch. Alle ausblenden. Das finde ich sehr, sehr angenehm, dass Sie hier wirklich sagen können, Sie nehmen alles weg. Weil irgendwann, wenn die ganzen Parameter, die geometrischen Parameter drin sind, und es sind sehr viele, dann stören die beim Bemaßen. Und dann findet man, kann man das wunderbar ein- und ausblenden. Genauso hier ein- und ausblenden. Und das ist eine schöne Geschichte. Sie können Abhängigkeiten auch noch löschen, wenn Sie die später aufnehmen oder wegnehmen wollen. Gut. Das war's. Erstmal gibt es Fragen, Anna. Hast du was? Hallo. Ich lese auch mit Hallo. Fragen sind da. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich lese mal vor. Mir werden die gesetzten Parameter nicht angezeigt. Der Befehl, alle anzeigen, ändert sich, ändert nichts. Es könnte vielleicht sein, dass Sie auf einem Layer liegen, der ausgeblendet ist. Da müsste man drauf schauen. Da müsste man wirklich drauf schauen, warum das so ist. Kann ich gerne im Nachgang machen, Herr Grün. Müssten wir einfach mal kurz telefonieren, dann könnte ich mir das anschauen. Okay. Weiter geht's. Wenn ich die Form nachträglich verändern möchte, also Linien hinzufügen oder entfernen, können Sie das als Beispiel zeigen? Ja, mache ich genauso. Ich rufe Sie an, Frau Franz, und dann machen wir das einfach an Ihrem Bildschirm zusammen. Genau. Es kam noch ein Nachzügel von ihr. Und zwar, wie kann man die Bezugspunkte von einer Linie verändern? Evitieren. Ja, das zeige ich dann. Okay. So, Sekunde. Wie kann man die gelbe Leiste? Danke. Gelbe Leiste. Diese hier, das ist die Befehlsteile vom AutoCAD selber. Die können Sie einfach komplett ausschalten oder auch wieder einschalten. Also Sie können einfach diese gelbe Leiste wegnehmen und dann können Sie sich hier ausschalten. Und dann kriegen Sie dann noch einen Hinweis, wenn Sie ausgeschaltet haben, dass Sie mit STRG 9 wieder einschalten können. Ich empfehle es auf keinen Fall, weil die Befehlsleiste ist das Instrument, das, womit AutoCAD mit Ihnen spricht, sage ich immer. Also nicht jetzt Sprachausgabe, sondern Sie sehen dann immer an der Stelle, was gemacht werden soll. Wenn Sie jetzt einen Befehl aufgerufen haben, der zum Beispiel eine Option oder eine weitere Eingabe erfordert, dann steht das hier immer drin. Und die Befehlsteile ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Instrument. Okay, perfekt. Vielen Dank. Sehr gerne. Kann man die Bemassungsdarstellung ändern, sodass man keine anderen Bemassungen mehr braucht? Kann man. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, wenn man drauf geht, Sie sehen hier, es gibt einmal die dynamische und es gibt die beschriftende Abhängigkeit. Das heißt, wenn Sie dann hier hinten auf Beschriften gehen, dann ist es wie ein Bemaßungsstil. Sie müssen dann natürlich nur hingehen und sagen, bei der Bemaßung selber, dass Sie hier nur den Wert sehen wollen. Und dann haben Sie auch nur den Wert. Anhand des kleinen Schlösschens können Sie dann erkennen, dass es ein parametrisches Maß ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal ein ganz normales Maß daneben stellen, also ein, ja, sagen wir mal jetzt von da nach da, dann sehen Sie, da fehlt das Schlösschen. Und damit haben Sie dann auf jeden Fall den Indiz oder die Anzeige dafür, dass dieses Maß parametrisch ist und das nicht. Es ist Geschmackssache, ob Sie das machen wollen. Ich persönlich mache es nicht. Ich lasse in meinem Modellbereich die Bemaßungen und so stehen, wie sie sind, weil ich freundlich davon bin, im Layout zu bemaßen. Und dann habe ich dann einen zweiten Bemaßungsstil, mit dem ich meine Maße setze. Weil die gehen ja sowieso mit. Das heißt, wenn Sie jetzt hier was ändern und das Maß ist assoziativ, wandert das eh mit. Wer war es? Das war die Frau von Salzen. Ich hoffe, ich konnte die Frage gut beantworten. Ja, sehr cool. Sehr cool, danke, gerne. Genau, das war es auch schon von Fragen. Okay, dann gehen wir mal hier wieder zurück. Wenn keine mehr kommt, möchte ich gerne noch die Gelegenheit nutzen, auf unsere weiteren Angebote hinzuweisen, auf die wenigsten Webcasts. Die, Anna hat es ja schon gesagt, Sie kriegen auch einen Aufzeichnungslink. Sie können sich aber auch gerne noch vergangene Webcasts anschauen, die zum Teil auch bei YouTube verfügbar sind. Schauen Sie auch einfach auf unsere Homepages drauf, von der Innovi für offene Basisseminare. In Bezug auf nächsten Webcasts möchte ich auch schon einen kleinen Hinweis geben. Der heutige Teil hat sich ja nur mit der Parametrik im AutoCAD beschäftigt. Wir haben aber einen zweiten Teil in der Richtung, wo wir einfach mal das Arbeiten der Parametrik im AutoCAD als 2D-Programm und dem Inventor als 3D-Programm, was allerdings sehr stark im Maschinenbau eingeht. Einfach mal vergleichen, damit Sie auch sehen können, es gibt noch andere 3D-parametrische Programme oder überhaupt parametrische Programme. Wie ist denn dann da vielleicht der Ablauf? 16.5. Wenn Sie wollen, würde ich mich freuen, melden Sie sich an, schauen Sie wieder zu und schauen Sie sich einfach mal eine Alternative zum AutoCAD an. Wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen wollen, sehen Sie über die eingeblendete Seite unsere entsprechenden Partner in der Innovi eben die Integra, das Hafen, das Büro an und IT und die AKG-Software. Und damit bin ich fertig und sage vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020